Also, welches Lied haben wir nicht gespielt? Welches Lied wir nicht gespielt haben? Also, ich denke das ist der richtige Abschied für heute, das Lied Schaum und Jules. Und hat jemand Feuerzeug dabei? Gibt es auch Menschen, die Feuerzeug benutzen? Wenn ihr welche habt, dann tut euch nicht weh. Lass uns zusammen. Schauen wir mal, wir sehen. Alle Seiten schauen zu dir. Ich kann es schon, denn du weinst wie ein Katzi. Nur jetzt bist du allein. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. – Sack. – Sack. – Sack. – Sack. Es starb uns da nicht gut mit dir im Kino. Wir haben uns an Elekino, der Trophokinot, haben uns ziemlich gut gefunden. Und dann kam das Musik auf den Mund. Dann kam das Musik auf den Mund. Dann fehlt es. Ich sag Joe, das meinst du nicht. Also schnurren, geh noch nicht. Aber ich war, so schnell ich kam. Da die Tränen fließen an mich hin. Ich ruf Joe, I have to go. Aber ich hab's im Rad. Du, ich und das Pellegrino. Ich ruf Joe, ich und das Pellegrino. Ich ruf Joe, ich und das Pellegrino. Amore mio. Amore mio. Ich ruf Joe, ich und das Pellegrino. Komm, 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 komm her. Komm, 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 komm her. Komm, 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 setz dich her. Dann siehst du wie die Drehen drinnen. Musik 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 Ich habe noch vergessen, was zu sagen. Wir verkaufen ein bisschen Merch. Vielleicht komme ich da auch gleich noch kurz vorbei, gezwitschert. Vielen Dank und ich hoffe, ich sehe euch auf Tour.